Hallo, ja, da bin ich wieder, hui. So, und ja, es kommt jetzt ja Fairrun Origin Blindfolded Run. Und kurz erklärt zum Spiel, und zwar ist es ein Hauptaufgabespiel, einfach müssen wir vier Fähren einsammeln und dann den Boss damit besiegen. Punkt. Die Schwierigkeit bei den Blindfolded Runs ist hier nämlich, dass du großteilig keine Sounds hast. Du hast die Ingame-Musik, aber du kriegst nur Sounds, wenn du Gegner besiegst. Also Gegner besiegst, ist halt nur, du musst halt, wir haben keinen Kampfknopf oder sowas anderes, sondern wir laufen, aber wie Gegner drüber sind, sie besiegt. Und du kriegst Schaden, wenn Gegner in uns reinlaufen. So, also wir haben nur Sounds, wenn wir Gegner besiegen, wenn wir Gegenstände einsammeln. Und wenn wir zum Beispiel, vielleicht kommt es auch zum Anfang, Kakteen drüber rennen, kriegen wir auch einen Sound drauf, Feen einsammeln, ja, und Gegenstände verwenden. Und dazu ist es auch so, dass es insgesamt drei unterschiedliche, also es gibt Gebiete, also es gibt insgesamt drei unterschiedliche Umgebungssounds, die man bekommen kann. Großteilig ist immer die Hauptmusik, die wir gleich hören werden, dann gibt es ein kurzes Teil im Tempel, der hat noch einen Sound und dann sind wir auch einmal auf Wolken, da haben wir auch anderen Sounden. Nur daran kann ich mich orientieren, denn normal könnte ich mir, ich starte die mal, bevor ich jetzt so lange viel rede einfach. Mal vorbereiten hier so. Ja, also wir sind jetzt auf Play. Also die Zeit geht los, sobald ich Null sage. 9, 3, 2, 1, 0. So, kurz den Intro-Text gekippt. So, und das ist so, ähm, wir gehen erstmal schön nach rechts und ich orientiere mich nur an den Wänden. Heißt also, ich laufe immer in eine Richtung, ähm, bis eine Wand da ist. Natürlich weiß ich nicht, wann die Wand da ist, wir kriegen keinen Sound dafür. Deswegen, äh, muss ich so ein bisschen immer raten, wann wir die, äh, erreichen. So, da haben wir schon den ersten Kaktus, den zweiten Kaktus und den dritten Kaktus. Dadurch bekommen wir das erste Emblem, wodurch wir die erste Fee bekommen. So, und dann, um uns die Axt rein. Mit der Axt können wir jetzt gleich den Baum fällen, der da ist. So, dann können wir runtergehen, denn die Fee ist direkt im ersten Gebiet, wo wir gerade schon durch waren. So, wir runterrennen. Und dadurch kommen wir die Brücke zur, kommen wir die Brücke dahin, können wir das Vee einsammeln. So, dann laufen wir ganz nach links gegen die Wand, oben die Wand, oben gegen die Wand, denn die ist laufend auf gleichem Höhe, wie die da Regenbogen, wo wir rüber können. So, ähm, so. Dann machen wir die Bäume hier weg. Und wie gesagt, wir werden uns großzeitlich wirklich nur an den Ecken des Games orientieren. Ähm, und an den Sounds, die ich habe halt. Mehr gibt es nicht. Also, ich weiß zum Beispiel, im bestimmten Sektor kommen wir auch gleich zu, weiß ich nicht, ob ich richtig liegen kann, weil wir lange keine Sounds haben. So. Da haben wir es richtig. Da haben wir jetzt ein rotes Emblem eingesammelt. So. So, jetzt, ähm, hoffe ich, dass wir richtig sind. Weil jetzt kann ich jetzt keine Sounds irgendwie, die 1, 2, 3, 4, die irgendwie mir sagen, wo ich genau bin, außer die Gegner. Kann ja sein, dass ich komplett nicht irgendwo anders bin jetzt. Ich hoffe nicht. Also, ich weiß gerade, ob ich nicht richtig oder nicht falsch. Oh, ich mach den normalen Weg immer durch. So, ich müsste jetzt nach oben. Und jetzt müssten wir gleich, wenn es richtig ist, in den Ruinen drin sein. Okay, wir sind richtig. Okay, gut, gut. Wir sind richtig. Ähm, jetzt aktivieren den Schalter, der, ähm, uns den Gang da freimacht. Dann gehen wir wieder raus. Gehen drei nach links, um in den Tempel noch reinzugehen. Und dort können wir das grüne Emblem benutzen. So. So. Jetzt müssen wir jetzt nach rechts. Einmal nach links. Und jetzt wird mit dem Wolkenlevel gleich ankommen. Simper. Wunderbar. So. Wolkenlevel, da müssen wir gleich nochmal hin. Ähm, wir müssen jetzt erstmal die grüne Fee befreien. Das haben wir durch grüne Emblem schon freigeschalten. So, immer ganz nach oben rennen hier. Ich weiß echt nicht, wann wir... Äh, hier mal nach unten. Und jetzt nach links. Und weiter nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, das ist noch richtig. Ähm, jetzt haben wir gerade einen Samen aufgehoben, das ist für später wichtig. Äh, jetzt muss ich wieder ganz nach unten rennen. Dann muss ich einfach nach oben, damit wir für den Gang bekommen. Größte Zeit, im Fall, warum erklärt er alles? Ist es für mich gerade aber nur zur Erinnerung da, wie ich passend bin. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich bei meinem grünen Fee sein. Sind wir? Wunderbar. Die Samen rein. So, ganz nach unten, nach links, nach oben, ein nach rechts, nach oben. Jetzt holen wir jetzt nämlich den Schlüssel, den wir gleich brauchen, damit wir in die oberen Gebiete reinbekommen. Ähm, da können wir nämlich das rote Emblem anbelegen und, ähm, dann die rote Fee bekommen, die wir schon ganz oben gesehen haben in den Wolkenlevel. So. Hier müssen wir ganz nach links rennen. Dann ein nach rechts wieder, damit wir komplett nach oben gehen können ohne Probleme. Machen wir soweit wieder, bis ich ganz oben bin. Ich weiß aber nicht, wann ich oben bin. Ähm, deswegen, ich muss ein bisschen immer großzügiger sein, weil wenn ich da einmal zu kurz da bin, ja, dann wird es schwierig, weil dann läuft es einfach so rum. So. Hoffentlich bin ich jetzt richtig. Das werden wir gleich sehen, wenn ich wieder nochmal auf dem Boden bin. So. Auf jeden Fall besiegen wir Gegner. Für mich sind auch manchmal Gegner, äh, Encounters, wir richtig sind. Ja, das ist richtig, okay. Ich nehme mir vom Becken und rote mich runter. Ähm, gehen wir weiter ran aus. So, und da muss ich jetzt, ähm, zu den oberen Level hin. So, wir haben den Schlüssel eingesetzt, dann bekommen wir den Just Four jetzt halt. Wir können jetzt nach oben laufen, da muss ich an die Wand, ich kann einmal nach unten, äh, ne, ja, da ist der rote Emblem. Das ist Stück eins. Und können jetzt, äh, ganz nach unten laufen. So, aber ganz nach unten, dann, äh, kann ich nach rechts, äh, nach links, sorry, tut mir leid. Aber wieder nach ganz nach oben. Und dann wieder nach rechts. Jetzt glaube ich, für Leute, die jetzt gerade zugucken, wenn ich so, ja, okay, ja, wir sehen das, was du machst. Ähm, so, jetzt laufen wir hier durch die Gleichstrecke wieder, weil wir müssen jetzt zurück zum Beuken-Part. Äh, äh, wir besiegen weiter Gegner, also, glaube ich, sind richtig. Ja, sind richtig, okay. Ja, sind richtig, okay. Na, ich orientiere mich da gerade die Musik einfach, die wir haben. Äh, Wolkenpart ist richtig. Der ist relativ schnell abgeschlossen, denn wir müssen uns eigentlich nur noch, ähm, wenn wir jetzt ganz an der Kante sind, einfach nur nach oben laufen, bis ich den, äh, den Zaun dafür bekomme, dass wir die Fee eingesammelt haben. Haben wir. Wunderbar. Ja, danach steht die dritte Fee. Die letzte Fee ist ein bisschen komplizierter jetzt, weil wir müssen jetzt, äh, eine Pflanze, ähm, durch den Samen, die wir bekommen haben, müssen wir die Pflanze wachsen lassen. Ähm, und die Pflanze müssen wir dann fällen und dann zu einem bestimmten Ort bringen. Sehen wir gleich. Das weiß ich gerade nicht, ob ich es passt. Ich glaube, es sollte doch eigentlich richtig sein. Ja, ist mir richtig, okay. Ähm, so. Wir müssen jetzt zurück zu dem Bild, wo wir gerade eben waren, wo wir jetzt Rot Emblem eingesetzt haben. Und jetzt weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob ich, äh, wieder richtig bin, weil es kommt lange kein Encounter mehr, ob ich, also kein Sound mehr. Aber es hört sich richtig an. So. Jetzt sind wir in der Eiswelt, sollten wir jetzt sein. Ja, wir sind in der Eiswelt. Ähm, ich habe jetzt ein Glas aufgehoben. Ähm, mit dem Glas können wir jetzt Wasser einfüllen und Wasser für den Samen holen. Ähm, dafür laufen wir jetzt ganz nach unten einmal. Ein nach oben, nach rechts, nach unten. So, und wenn wir jetzt nämlich rechts rangehen, finden wir einen Fluss vor, äh, in dem eine kleine Brücke ist. Und da können wir das Wasser einsammeln. Das Auge klappen, oder? So. So. Jetzt sind wir in der Wüstenwelt wieder. Ähm. So, ich hoffe, dass ich drehe, weil ich habe jetzt, da verkack ich sehr oft bei. Die sollten jetzt... Wer hat den, glaube ich, genommen? Ja, okay, das ist noch richtig. Okay, super. Äh, ich suche mal in der Höhle jetzt. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier eine rein, raus, rein. So. Bei der Höhle muss man nämlich, äh, diesen Pflanzen, äh, diesen Samen einmal einpflanzen. Ähm, Wasser aufkippen muss man zweimal den nochmal betreten. Ein, zwei, drei, vier, fünf, eins, sieben. Den fällen, jetzt müssen wir den nämlich zu einem, äh, kleinen, äh, Platz bringen, wo wir schon waren. Ja, eins, zwei, drei. Jetzt sollten wir wieder in der Eiswelt sein. So, und da ist ein kleines Plateau. Wo wir jetzt die letzte vierte Fee bekommen. Ähm, dennoch schalten wir die euch frei. Und die wird jetzt von dem bösen Endgegner, den wir haben, äh, nochmal gefangen genommen. Und die müssen wir jetzt besiegen. Und das ist nämlich die letzte Aufgabe, die wir haben. So sind wir jetzt nicht zurück zum Start, wo wir angefangen haben. Äh, und die Fee dort einsammeln und passend um ihn platzieren. Um, ja, äh, um ihn zu besiegen dann. Weil, äh, er ist so stark, dass wir ihm so keinen Schaden zufügen können. Sondern wir müssen Feeen Klassen platzieren. Ähm, um ihn dann mit einem Schlag fertig zu machen. Und zwar, sobald wir ihn nämlich betroffen haben, äh, ist Time. So, dann sind wir auch gleich da. So, jetzt sind wir wieder bei der ersten Fee angelangt. Okay, ja. So, dann die erste Fee eingesammelt. Die zweite Fee. Ganz nach rechts, zwei nach oben. Äh, ganz nach links. Erste Fee einsetzen. So, und jetzt ist es Time. Gott, die ist schwierig. Ja, also die Sounds sind eher das Problem dabei. So, jetzt muss ich wissen, welchen Eingangtime wir haben. Weil die ist nämlich wichtig. Äh, zwölf Minuten acht. Okay. Mein Rekord liegt, glaube ich, bei neun Minuten vier, die ich bisher gehabt habe. Blindfoldert auch? Ja, Blindfoldert. Ähm, mein hauptsächlich Rekord liegt bei vier Minuten irgendwas. Also, ne, fünf Minuten, glaube ich, fünf Minuten drei habe ich. Ähm, der Speedrun geht, äh, der normale Speedrun geht vier Minuten und fünfundfünfzig, glaube ich. Dann gibt's ein Genocide, wo du alle besiegen musst. Da habe ich einen Rekord von sieben Minuten vierundzwanzig. Ähm, ja, und, ähm, Kurzler, der hat ja den ersten Mindfoldrun gemacht, ähm, bei Speedrandale, ähm, bei den Rocket Beans. Und da hat er, glaube ich, Ingame acht Minuten und Echttime elf Minuten gehabt. Und ich habe jetzt zwölf Minuten neunzehn Echtzeit gehabt. Ne, aber sonst, äh, gut, dafür, dass ich auf dem Tournament war. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen öfters mal in eine Richtung länger gedrückt. Denn, ne, es ist schwierig, ähm, sobald du einmal raus bist, das ist normalerweise Blindfoldert, der Schwierigkeit, dich irgendwie zurückzufinden. Und dadurch hier wirklich keine Sounds hast, wo du dich irgendwie sagen könntest, okay, da und da bin ich. Ähm, ja, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ähm, man hat's nämlich zum Beispiel auch gesehen. Äh, ich hätte natürlich auch sagen können, ich hätte mir einfach immer merken können, wie viele Felder ich gehen muss. Dennoch ist es so, bei Übergängen auf einem anderen Bildschirm hast du ein Delay, äh, den du einbegrenzen musst. Und, ähm, das Spiel, naja, manchmal nimmt er einen Drücker vielleicht auch mal zweimal und so was. Alles ist es nicht ganz so sicher. Ne, ich habe jetzt die Safe-Version genommen davon, ähm, aber es hat ja ganz gut gelaufen. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal daneben gelegen, wo ich bin. Damit kann ich zufrieden sein. So, ja, und das war, äh, schon, ähm, das kleine, aber feiner Fear of Origin Blindfolded. Ähm, das ist so ein, das ist, das ist, das Spiel ist so ein Komplettpaket drin. Ähm, ist auf jeden Fall sehr schön, kriegt, glaube ich, 15 Euro oder so, kriegt ihr dann drei Spiele, Fear of Origin 1, Fear of Origin, und Origin ist irgendwie so ein kleines, kurzes Game. Sehr, sehr schön. Ja. Können wir jetzt rausgehen. Und ich habe eine neue Wand zum Einreichen. Nein, ich hätte morgen nicht tun. Ja. Ja. Wir machen es nicht so sicher. Ich kann es nicht so sicher. Ich kann Beenen sehen.